...einen Ort für unsere Klassenfahrt finden. Oh mein Gott, ich will nach Dubai! Also vorab, wir dürfen nur 200 Euro pro Schüler ausgeben. Ruhe Phantasialand! Geht nicht, da hab ich Hausverbot! Was hast du gemacht? Ich hab von Micky Maus den Kopf geklaut, dann bin ich bei Geister, waren Kinder erschrecken gegangen. Okay, wie wär's denn mit irgendeiner Stadt? Wir könnten nach Berlin zum Reichstag! Wie wär's denn mit Köln? Geht nicht, ich hab in ganz Köln auch Hausverbot. Wie geht das denn? Wegen Einbruch? Überall? Ich würd sagen, jeder schreibt sich zwei Auslands- und zwei Inlandsziele auf und dann besprechen wir das und stimmen ab. Ist es schwer, wenn ihr jetzt in Dubai auf diese Zettel schreibt? Berlin! Köln! Guck, ich darf nicht nach Köln! Ich will nicht auf Klassenfahrt!